als er zurückkehren wollte in seine wohnung wurde er in spalanzanis hause ein geräuschvolles treiben gewahr die türen standen offen man trug allerlei geräte hinein die fenster des ersten stocks waren ausgehoben geschäftige mägde kehrten und stäubten mit großen haarbesen hin und herfahrend inwendig klopften und hämmerten tischler und tapezierer nathanael blieb in vollem erstaunen auf der straße stehen da trat siegmund lachend zu ihm und sprach nun was sagst du zu unserm alten spalanzani nathanael versicherte daß er gar nichts sagen könne da er durchaus nichts vom professor wisse vielmehr mit großer verwunderung wahrnehme wie in dem stillen düstern hause ein tolles treiben und wirtschaften losgegangen da erfuhr er denn von siegmund daß spalanzani morgen ein großes fest geben wolle konzert und ball und daß die halbe universität eingeladen sei allgemein verbreitete man daß spalanzani seine tochter olympia die er so lange jedem menschlichen auge recht ängstlich entzogen zum ersten mal erscheinen lassen werde nathanael fand eine einladungskarte und ging mit hochklopfendem herzen zur bestimmten stunde als schon die wagen rollten und die lichter in den geschmückten sälen schimmerten zum professor die gesellschaft war zahlreich und glänzend olympia erschien sehr reich und geschmackvoll gekleidet man mußte ihr schön geformtes gesicht ihren wuchs bewundern der etwas seltsam eingebogene rücken die wespenartige dünne des leibes schien von zu starkem einschnüren bewirkt zu sein in schritt und stellung hatte sie etwas abgemessenes und steifes das manchem unangenehm auffiel man schrieb es dem zwange zu den ihr die gesellschaft auflegte das konzert begann olympia spielte den flügel mit großer fertigkeit und trug ebenso eine bravour arie mit heller beinahe schneidender glasglockenstimme vor nathanael war ganz entzückt er stand in der hintersten reihe und konnte im blendenden kerzenlicht olympias züge nicht erkennen ganz unvermerkt nahm er deshalb coppolas glas hervor und schaute hin nach der schönen olympia ach da wurde er gewahr wie sie voll sehnsucht nach ihm herübersah wie jeder ton erst deutlich aufging in dem liebesblick der zündend sein inneres durchdrang die künstlichen rouladen schienen dem nathanael das himmelsjauchzen des in liebe verklärten gemüts und als nun endlich nach der kadenz der lange trillo recht schmetternd durch den saal gelte konnte er wie von glühenden armen plötzlich erfasst sich nicht mehr halten er mußte vor schmerz und entzücken laut aufschreien olympia alle sahen sich nach ihm um manche lachten der domorganist schnitt aber noch ein finstereres gesicht als vorher und sagte bloß nun nun das konzert war zu ende der ball fing an mit ihr zu tanzen mit ihr das war nun dem nathanael das ziel aller wünsche alles strebens aber wie sich erheben zu dem mut sie die königin des festes aufzufordern doch er selbst wußte nicht wie es geschah daß er als schon der tanz angefangen dicht neben olympia stand die noch nicht aufgefordert worden und daß er kaum vermögend einige worte zu stammeln ihre hand ergriff eiskalt war olympias hand er fühlte sich durchbebt von grausigem todesfrost er starrte olympia ins auge das strahlte ihm voll liebe und sehnsucht entgegen und in dem augenblick war es auch als fingen an in der kalten hand pulse zu schlagen und des lebensblutes ströme zu glühen und auch in nathanaels innerm glühte höher auf die liebeslust er umschlank die schöne olympia und durchflog mit ihr die reihen er glaubte sonst recht taktmäßig getanzt zu haben aber an der ganz eigenen rhythmischen festigkeit womit olympia tanzte und die ihn oft ordentlich aus der haltung brachte merkte er bald wie sehr ihm der takt gemangelt er wollte jedoch mit keinem anderen frauenzimmer mehr tanzen und hätte jeden der sich olympia näherte um sie aufzufordern nur gleich ermorden mögen doch nur zweimal geschah dies zu seinem erstaunen blieb darauf olympia bei jedem tanze sitzen und er ermangelte nicht immer wieder sie aufzuziehen hätte nathanael außer der schönen olympia noch etwas anderes zu sehen vermocht so wäre allerlei fataler zank und streit unvermeidlich gewesen denn offenbar ging das halbleise mühsam unterdrückte gelächter was sich in diesem und jenem winkel unter den jungen leuten erhob auf die schöne olympia die sie mit ganz kuriosen blicken verfolgten man konnte gar nicht wissen warum durch den tanz und durch den reichlich genossenen wein erhitzt hatte nathanael alle ihm sonst eigene scheu abgelegt er saß neben olympia ihre hand in der seinigen und sprach hoch entflammt und begeistert von seiner liebe in worten die keiner verstand weder er noch olympia doch diese vielleicht denn sie sah ihm unverrückt ins auge und seufzte einmal übers andere ach 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 worauf denn nathanael also sprach o du herrliche himmlische frau du strahl aus dem verheißenen jenseits der liebe du tiefes gemüt in dem sich mein ganzes sein spiegelt und noch mehr dergleichen aber olympia seufzte bloß immer wieder ach 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 der professor spalanzani ging einigemal bei den glücklichen vorüber und lächelte sie ganz seltsam zufrieden an dem nathanael schien es unerachtet er sich in einer ganz andern welt befand mit einem mal als wird es hienieden beim professor spalanzani merklich finster er schaute um sich und wurde zu seinem nicht geringen schreck gewahr daß eben die zwei letzten lichter in dem leeren saal herniederbrennen und ausgehen wollten längst hatten musik und tanz aufgehört trennung trennung schrie er ganz wild und verzweifelt er küßte olympias hand er neigte sich zu ihrem munde eiskalte lippen begegneten seinen glühenden so wie als er olympias kalte hand berührte fühlte er sich von innerem grausen erfasst die legende von der toten braut ging ihm plötzlich durch den sinn aber fest hatte ihn olympia an sich gedrückt und in dem kuss schienen die lippen zum leben zu erwarmen der professor spalanzani schritt langsam durch den leeren saal seine schritte klangen hohl wieder und seine figur von flackenden schlagschatten umspielt hatten ein grauliches gespenstisches aussehen liebst du mich liebst du mich olympia nur dies wort liebst du mich so flüsterte nathanael aber olympia seufzte indem sie aufstand nur ach ach ja du mein holder herrlicher liebes stern sprach nathanael bist mir aufgegangen und wirst leuchten wirst verklären mein inneres immer da ach ach replizierte olympia fortschreitend nathanael folgte ihr sie standen vor dem professor sie haben sich außerordentlich liebhaft mit meiner tochter unterhalten sprach dieser lächelnd nun nun lieber herr nathanael finden sie geschmack daran mit dem blöden mädchen zu konvergieren so sollen mir ihre besuche willkommen sein einen ganzen hellen strahlenden himmel in der brust schied nathanael von dannen spalanzanis fest war der gegenstand des gesprächs in den folgenden tagen unerachtet der professor alles getan hatte recht splendid zu erscheinen so wußten doch die lustigen köpfe von allerlei unschicklichkeiten und sonderbaren zu erzählen das sich begeben und vorzüglich fiel man über die todstarre stumme olympia her der man ihres schönen äußern unerachtet totalen stumpfsinn andichten und darin die ursache finden wollte warum spalanzani sie so lange verborgen gehalten nathanael vernahm das nicht ohne inneren grimm indessen schwieg er denn dachte er würde es wohl verlohnen diesen burschen zu beweisen daß eben ihr eigener stumpfsinn es ist der sie olympias tiefes herrliches gemüt zu erkennen hindert tu mir den gefallen bruder sprach eines tages siegmund tu mir den gefallen und sage wie es dir gescheutem kerl möglich war dich in das wachsgesicht in die holzpuppe da drüben zu vergaffen nathanael wollte zornig auffahren doch schnell besann er sich und erwiderte sage du mir siegmund wie deinem sonst alles schöne klar auffassenden blick deinem regen sinn olympias himmlischer liebreiz entgehen konnte doch eben deshalb habe ich dank sei es dem geschick nicht dich zum nebenbuhler denn sonst müßte einer von uns blutend fallen siegmund merkte wohl wie es mit dem freunde stand lenkte geschickt ein und fügte nachdem er geäußert daß in der liebe niemals über den gegenstand zu richten sei hinzu wunderlich ist es doch daß viele von uns über olympia ziemlich gleich urteilen sie ist uns nimm es nicht übel bruder auf seltsame weise starr und seelenlos erschienen ihr wuchs ist regelmäßig so wie ihr gesicht das ist wahr sie könnte für schön gelten wenn ihr blick nicht so ganz ohne lebensstrahl ich möchte sagen ohne sehkraft wäre ihr schritt ist sonderbar abgemessen jede bewegung scheint durch den gang eines aufgezogenen räderwerks bedingt ihr spiel ihr singen hat den unangenehmen richtigen geistlosen takt der singenden maschine und ebenso ist ihr tanz uns ist diese olympia ganz unheimlich geworden wir mochten nichts mit ihr zu schaffen haben es war uns als tue sie nur so wie ein lebendiges wesen und doch habe es mit ihr eine eigene bewandtnis nathanael gab sich dem bittern gefühl daß ihn bei diesen worten sigmunds ergreifen wollte durchaus nicht hin er wurde herr seines unmuts und sagte bloß sehr ernst wohl mag euch ihr kalten prosaischen menschen olympia unheimlich sein nur dem poetischen gemüt entfaltet sich das gleich organisierte nur mir ging ihr liebesblick auf und durchstrahlte sinn und gedanken nur in olympias liebe finde ich mein selbst wieder euch mag es nicht recht sein daß sie nicht in platter konversation faselt wie die anderen flachen gemüter sie spricht wenig worte das ist wahr aber diese wenigen worte erscheinen als echte hieroglyphe der inneren welt voll liebe und hoher erkenntnis des geistigen lebens in der anschauung des ewigen jenseits doch für alles das habt ihr keinen sinn und alles sind verlorene worte behüte dich gott herr bruder sagte sigmund sehr sanft beinahe wehmütig aber mir scheint es du seist auf bösem wege auf mich kannst du rechnen wenn alles nein ich mag nichts weiter sagen dem nathanael war es plötzlich als meine der kalte prosaische sigmund es sehr treu mit ihm er schüttelte daher die ihm dargebotene hand recht herzlich nathanael hatte rein vergessen daß es eine klarer in der welt gebe die er sonst geliebt die mutter lothar alle waren aus seinem gedächtnis entschwunden er lebte nur für olympia bei der er täglich stundenlang saß und von seiner liebe von zum leben erglüter sympathie von psychischer wahlverwandtschaft fantasierte welches alles olympia mit großer andacht anhörte aus dem tiefsten grunde seines schreibpuls holte nathanael alles hervor was er jemals geschrieben gedichte fantasien visionen romane erzählungen das wurde täglich vermehrt mit allerlei ins blaue fliegenden sonetten stanzen kann zonen und das alles las er der olympia stundenlang hintereinander vor ohne zu ermüden aber auch noch nie hatte er eine solche herrliche zuhörerin gehabt sie stickte und strickte nicht sie sah nicht durchs fenster sie fütterte keinen vogel sie spielte mit keinem schoßhündchen mit keiner lieblingskatze sie drehte keine papierschnitzchen oder sonst etwas in der hand sie durfte kein gähnen durch einen leisen erzwungen husten bezwingen kurz stundenlang sah sie mit starrem blick unverwandt dem geliebten ins auge ohne sich zu rücken und zu bewegen und immer glühender immer lebendiger wurde dieser blick nur wenn nathanael endlich aufstand und ihr die hand auch wohl den mund küßte sagte sie ach ach dann aber gute nacht mein lieber o du herrliches du tiefes gemüt rief nathanael auf seiner stube nur von dir von dir allein werde ich ganz verstanden er erbebte vor innerm entzückend wenn er bedachte welch wunderbarer zusammenklang sich in seinem und olympias gemüt täglich mehr offenbare denn es schien ihm als habe olympia über seine werke über seine dichtergabe überhaupt recht tief aus seinem innern gesprochen ja als habe die stimme aus seinem innern selbst herausgetönt das musste denn wohl auch sein denn mehr worte als vorhin erwähnt sprach olympia niemals erinnerte sich aber auch nathanael in hellen nüchternen augenblicken zum beispiel morgens gleich nach dem erwachen wirklich an olympias gänzliche passivität und wortkarkeit so sprach er doch was sind worte worte der blick ihres himmlischen auges sagt mehr als jede sprache hienieden vermag denn überhaupt ein kind des himmels sich einzuschichten in den engen kreis den ein klägliches irdisches bedürfnis gezogen professor spalanzani schien hoch erfreut über das verhältnis seiner tochter mit nathanael er gab diesem allerlei unzweideutige zeichen seines wohlwollens und als nathanael endlich wagte von ferne auf eine verbindung mit olympia anzuspielen lächelte dieser mit dem ganzen gesicht und meinte er werde seiner tochter völlig freie wahl lassen ermutigt durch diese worte brennendes verlangen im herzen beschloss nathanael gleich am folgenden tage olympia anzusehen daß sie das unumwunden in deutlichen worten ausspreche was längst ihr holder liebesblick ihm gesagt daß sie sein eigen immer da sein wolle er suchte nach dem ringe den ihm beim abschiede die mutter geschenkt um ihn olympia als symbol seiner hingebung seines mit ihr aufkeimenden blühenden lebens dazureichen klaras lothars briefe fielen ihm dabei in die hände gleichgültig warf er sie beiseite fand den ring steckte ihn ein und rannte herüber zu olympia schon auf der treppe auf dem flur vernahm er ein wunderliches getöse es schien aus palanzanis studierzimmer herauszuschallen ein stampfen ein klirren ein stoßen schlagen gegen die tür dazwischen flüche und verwünschungen laß los laß los infamer verruchter darum leib und leben daran gesetzt ha 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 so haben wir nicht gewettet ich ich hab die augen gemacht ich das räderwerk dummer teufel mit deinem räderwerk verfluchter hund von einfältigem uhrmacher fort mit dir satan halt peipendreher teuflische bestie halt fort laß los es waren spalanzanis und des grässlichen coppelius stimmen die so durcheinander schwirrten und tobten hinein stürzte nathanael von namenloser angst ergriffen der professor hatte eine weibliche figur bei den schultern gepackt der italiener coppola bei den füßen die zerrten und zogen sie hin und her streitend in voller wut um den besitz voll tiefen entsetzens prallte nathanael zurück als er die figur für olympia erkannte auflammend in wildem zorn wollte er den wütenden die geliebte entreißen aber in dem augenblick wand coppola sich mit riesen kraft drehend die figur dem professor aus den händen und versetzte ihm mit der figur selbst einen fürchterlichen schlag daß er rücklings über den tisch auf dem fiolen retorten flaschen gläserne zylinder standen taumelte und hinstürzte alles gerät klirrte in tausend scherben zusammen nun warf coppola die figur über die schulter und rannte mit fürchterlich gellendem gelächter rasch fort die treppe herab so daß die häßlich herunterhängenden füße der figur auf den stufen hölzern klapperten und dröhnten erstarrt stand nathanael nur zu deutlich hatte er gesehen olympias toterbleichtes wachsgesicht hatte keine augen statt ihrer schwarzer höhlen sie war eine leblose puppe spalanzani wälzte sich auf der erde glasscherben hatten ihm kopf brust und arm zerschnitten wie aus springquellen strömte das blut empor aber er raffte seine kräfte zusammen ihm nach ihm nach was zauderst du coppelius coppelius mein bestes automat hat er mir geraubt zwanzig jahre daran gearbeitet leib und leben daran gesetzt das räderwerk sprache gang mein die augen die augen dir gestohlen verdammter verfluchter ihm nach hol mir olympia da hast du die augen nun sah nathanael wie ein paar blutige augen auf dem boden liegend ihn anstarrten die ergriff spalanzani mit der unverletzten hand und warf sie nach ihm daß sie seine brust trafen da packte ihn der wahnsinn mit glühenden krallen und fuhr in sein inneres hinein sinn und gedanken zerreißend hui 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 feuerkreis feuerkreis dreh dich feuerkreis lustig lustig holzbübchen hui schön holzbübchen dreh dich damit warf er sich auf den professor und drückte ihm die kehle zu er hätte ihn erwürgt aber das getöse hatte viele menschen herbeigelockt die drangen ein rissen den wütenden nathanael auf und retteten so den professor der gleich verbunden wurde siegmund so stark er war vermochte nicht den rasenden zu bändigen der schrie mit fürchterlicher stimme immerfort holzbübchen dreh dich und schlug um sich mit geballten fäusten endlich gelang es der vereinten kraft mehrerer ihn zu überwältigen indem sie ihn zu boden warfen und banden seine worte gingen unter in entsetzlichem tierischen gebrüll so in grässlicher raserei tobend wurde er nach dem tollhause gebracht ehe ich günstiger leser dir zu erzählen fortfahre was ich weiter mit dem unglücklichen nathanael zugetragen kann ich dir solltest du einigen anteil an dem geschickten mechanikus und automat fabrikanten spallanzani nehmen versichern dass er von seinen wunden völlig geheilt wurde er musste indes die universität verlassen weil nathanaels geschichte aufsehen erregt hatte und es allgemein für gänzlich unerlaubten betrug gehalten wurde vernünftigen tee zirkeln olympia hatte sie mit glück besucht statt der lebendigen person eine holzpuppe einzuschwärzen juristen nannten es sogar einen feinen und umso härter zu bestrafenden betrug als er gegen das publikum gerichtet und so schlau angelegt worden dass kein mensch ganz kluge studenten ausgenommen es gemerkt habe unerachtet jetzt alle weise tun und sich auf allerlei tatsachen berufen wollten die ihnen verdächtig vorgekommen diese letzteren brachten aber eigentlich nichts gescheutes zutage denn konnte zum beispiel wohl irgend jemanden verdächtig vorgekommen sein dass nach der aussage eines eleganten theisten olympia gegen alle sitte öfter genieset als gegähnt hatte ersteres meinte der elegant sei das selbstaufziehen des verborgenen triebwerks gewesen merklich habe es dabei geknarrt und so weiter der professor der poesie und beredsamkeit nahm eine prise klappte die dose zu räusperte sich und sprach feierlich hochzuverehrende herren und damen merken sie denn nicht wo der hase im pfeffer liegt das ganze ist eine allegorie eine fortgeführte metapher sie verstehen mich sapienti satt aber viele hochzuverehrende herren beruhigten sich nicht dabei die geschichte mit dem automat hatte tief in ihrer seele wurzel gefasst und es schlich sich in der tat abscheuliches misstrauen gegen menschliche figuren ein um nun ganz überzeugt zu werden daß man keine holzpuppe liebe wurde von mehreren liebhabern verlangt daß die geliebte etwas taktlos singe und tanze daß sie beim vorlesen sticke stricke mit dem möpschen spiele und so weiter vor allen dingen aber daß sie nicht bloß höre sondern auch manchmal in der art spreche daß dies sprechen wirklich ein denken und empfinden voraussetze das liebesbündnis vieler wurde fester und dabei anmutiger andere dagegen gingen leise auseinander man kann wahrhaftig nicht dafür stehen sagte dieser und jener in den tees wurde unglaublich gegähnt und niemals genieset um jedem verdacht zu begegnen spalanzani mußte wie gesagt fort um der kriminaluntersuchung wegen des der menschlichen gesellschaft betrüglicherweise eingeschobenen automats zu entgehen coppola war auch verschwunden nathanael erwachte wie aus schwerem fürchterlichem traum er schlug die augen auf und fühlte wie ein unbeschreibliches wonnegefühl mit sanfter himmlischer wärme ihn durchströmte er lag in seinem zimmer in des vaters hause auf dem bette klarer hatte sich über ihn hingebeugt und unfern standen die mutter und lothar endlich endlich o mein herz lieber nathanael nun bist du genesen von schwerer krankheit nun bist du wieder mein so sprach klara recht aus tiefer seele und faßte den nathanael in ihre arme aber dem quollen vor lauter wehmut und entzücken die hellen glühenden tränen aus den augen und er stöhnte tief auf meine meine klara siegmund der getreulich ausgeharrt bei dem freunde in großer not trat herein nathanael reichte ihm die hand du treuer bruder hast mich doch nicht verlassen jede spur des wahnsinns war verschwunden bald erkräftigte sich nathanael in der sorglichen pflege der mutter der geliebten der freunde das glück war unterdessen in das haus eingekehrt denn ein alter karger oheim von dem niemand etwas gehofft war gestorben und hatte der mutter nebst einem nicht unbedeutenden vermögen ein gütchen in einer angenehmen gegend und fern der stadt hinterlassen dort wollten sie hinziehen die mutter nathanael mit seiner klara die er nun zu heiraten gedachte und lotha nathanael war milder kindlicher geworden als er je gewesen und erkannte nun erst recht klaras himmlisch reines herrliches gemüt niemand erinnerte ihn auch nur durch den leisesten anklang an die vergangenheit nur als sigmund von ihm schied sprach nathanael bei gott bruder ich war auf schlimmem wege aber zu rechter zeit leitete mich ein engel auf den lichten pfad ach es war ja klarer sigmund ließ sie nicht weiterreden aus besorgnis tief verletzende erinnerungen möchten ihm zu hell und flammend aufgehen es war an der zeit daß die vier glücklichen menschen nach dem gütchen ziehen wollten zur mittagsstunde gingen sie durch die straßen der stadt sie hatten manches eingekauft der hohe ratsturm warf seinen riesen schatten über den markt ei sagte klara steigen wir doch noch einmal hinauf und schauen in das ferne gebirge hinein gesagt getan beide nathanael und klara stiegen herauf die mutter ging mit der dienstmagd nach hause und lothar nicht geneigt die vielen stufen zu erklettern wollte unten warten da standen die beiden liebenden arm in arm auf der höchsten galerie des turmes und schauten hinein in die duftigen waldungen hinter denen das blaue gebirge wie eine riesenstadt sich erhob sieh doch den sonderbaren kleinen grauen busch der ordentlich auf uns loszuschreiten scheint frug klara nathanael faßte mechanisch nach der seitentasche er fand coppolas perspektiv er schaute seitwärts klara stand vor dem glase da zuckte es krampfhaft in seinen pulsen und adern totenbleich starrte er klara an aber bald glühten und sprühten feuerströme durch die rollenden augen grässlich brüllte er auf wie ein gehetztes tier dann sprang er hoch in die lüfte und grausig dazwischen lachend schrie er in schneidendem ton holzpüppchen dreh dich holzpüppchen dreh dich und mit gewaltiger kraft faßte er klara und wollte sie herabschleudern aber klara krallte sich in verzweifelnder todesangst fest an das geländer lothar hörte den rasenden toben er hörte klaras angstgeschrei grässliche ahnung durchflog ihn er rannte herauf die tür der zweiten treppe war verschlossen stärker hallte klaras jammergeschrei unsinnig vor wut und angst stieß er gegen die tür die endlich aufsprang matter und matter wurden nun klaras laute hilfe rettet rettet so erstarb die stimme in den lüften sie ist hin ermordet von dem rasenden so schrie lothar auch die tür zur galerie war zugeschlagen die verzweiflung gab ihm riesenkraft er sprengte die tür aus den angeln gott im himmel klara schwebte von dem rasenden nathanael erfasst über der galerie in den lüften nur mit einer hand hatte sie noch die eisenstäbe umklammert rasch wie der blitz erfasste lothar die schwester zog sie hinein und schlug in demselben augenblick mit geballter faust dem wütenden ins gesicht daß er zurückprallte und die todesbeute fallen ließ lothar rannte herab die ohnmächtige schwester in den armen sie war gerettet nun raste nathanael herum auf der galerie und sprang hoch in die lüfte und schrie feuerkreis dreh dich feuerkreis dreh dich die menschen liefen auf das wilde geschrei zusammen unter ihnen ragte riesengroß der advokat coppelius hervor der eben in die stadt gekommen und gerades weges nach dem markt geschritten war man wollte herauf um sich des rasenden zu bemächtigen da lachte coppelius sprechend haha wartet nur der kommt schon herunter von selbst und schaute wie die übrigen hinauf nathanael blieb plötzlich wie erstarrt stehen er bückte sich herab wurde den coppelius gewahr und mit dem gellenden schrei ha sköne oke sköne oke sprang er über das geländer als nathanael mit zerschmettetem kopf auf dem steinpflaster lag war coppelius im gewühl verschwunden nach mehreren jahren will man in einer entfernten gegend klarer gesehen haben wie sie mit einem freundlichen mann hand in hand vor der türe eines schönen landhauses saß und vor ihr zwei muntre knaben spielten es wäre daraus zu schließen daß klara das ruhige häusliche glück noch fand das ihrem heitern lebenslustigen sinn zusagte und daß ihr der im innern zerrissene nathanael niemals hätte gewähren können ende von der sandmann von et a hoffmann gelesen von carlson im august 2013 tack ha tack 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 Vielen Dank.